Hast du schon gehört? Sinan G soll einen krassen Autounfall gehabt haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es in Essen geknallt. Ein Mercedes und ein Mini Cooper sind ineinander gekracht. Bei dem Mercedes-Fahrer soll es sich um Rapper Sinan G handeln. Am Abend meldete sich Sinan aus seinem Mercedes-Cabrio noch auf Instagram. Komm bitte live heute, die Kacke ist am Dampfen. Aber ich schaffe es leider heute nicht. Ich küsse euer Herz, liebe Friends. Kurz darauf muss es zum Unfall gekommen sein. Laut Polizei und Zeugen vor Ort fuhr der Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel. Dann kam es zum Crash. Weiter geht die Polizei auch von einem möglichen illegalen Autorennen aus. Ob Sinan selbst am Steuer saß, ist unklar. Die Polizei nahm vor Ort dem Fahrer den Führerschein ab. Auch über den Gesundheitszustand von Sinan ist nicht wirklich viel bekannt. Bisher postete nur Gazi47 auf Instagram, Sinan geht es gut. Für mehr Rap-News macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden. Wir halten dich auf dem Laufenden. Vielen Dank.